So, ich bin jetzt in Victoria, das ist die Hauptstadt von British Columbia und ich habe eine Überfahrt gehabt mit der Fähre gestern Abend und die war ganz angenehm, ganz schön und jetzt bin ich da am Strand. Ja, recht schön, aber das Wetter in der Früh hat es besser ausgeschaut, jetzt ist es ein bisschen zugezogen, fängt so ein bisschen zum Nieseln an, aber es geht, es gibt da relativ viele Segelboote und ja, ganz schön hier. Die Stadt hat ungefähr 300.000 Einwohner, es ist ungefähr so groß von den Einwohnern wie Graz und hat eine eigene Universität und so das Zentrum, das Downtown ist nicht allzu groß, also dort leben ca. 7.500, das ist weit ausgebreitet, aber es ist recht schön.